NASA eröffnet Office für Crewflüge zu Mond und Mars. Das Starship soll 2026 den Mondrover von Astrolab auf den Mond bringen. SpaceX startet Cygnus Raumfrachter. Blue Origin mit neuem Triebwerkstest für New Glenn Oberstufe. Vulcan Centaur Oberstufe hat Probleme. China beginnt Aufbau von Megakonstellationen mit langer Marsch 5b. Elon Musk's Boring Company bohrt Tunnel zu Starlink. Starship Super Heavy Booster 7 und Ship 24 auf der Startanlage und nur kurz vor dem ersten Orbitalflug. Das und noch viel mehr war diese Woche in der Raumfahrt wichtig. Alle Hintergründe in voller Länge klären wir heute nur auf YouTube in den senkrecht Starter Raumfahrt News. Fangen wir mit den Starts der vergangenen Woche an. Der indische GSLV Mark III Start am Sonntag, den 26. März mit OneWeb Internetzetteliten war ein Erfolg. Damit steht der Starlink-Konkurrent OneWeb kurz davor, die erste Ausbaustufe seiner Satelliten-Internetkonstellation zu vollenden und eine globale Abdeckung zu ermöglichen. OneWeb teilte mit, alle 36 Satelliten haben erfolgreich einen niedrigen Erdorbit erreicht. Die meisten der über 600 OneWeb-Satelliten im Leo haben ihre endgültige Orbitalposition bereits mit Hilfe der bordeigenen Antriebe erreicht. Die übrigen werden voraussichtlich in den kommenden Wochen und Monaten an Ort und Stelle sein. Obwohl OneWeb den Bau von Bodenstationen noch abschließen muss, war der jüngste Start der letzte kritische Teil für eine globale Abdeckung. Mit einer nutzbaren Kapazität von 1,2 Terabit pro Sekunde hätte man laut Angaben des Unternehmens das Potenzial, bei den aktuellen üblichen Marktpreisen einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Dollar zu generieren. Am Mittwoch, den 29. März, hat Israel eine Chavit-2-Rakete gestartet. Fun Fact, Israel ist das einzige Land, das seine Raketen immer gegen die Erdrotation startet, weil es die Nerven seiner arabischen Nachbarn nicht unnötig strapazieren will. Gestartet wurde vermutlich ein Radar-Aufklärungssatellit. Auch am Mittwoch ist eine russische Soyuz 2.1V von Plesetsk ausgestartet. An Bord ein russischer Militärsatellit. Alle guten Dinge sind drei, auch SpaceX hat seine Falcon 9 am Mittwoch gestartet. Wir haben uns das Ganze zusammen live angesehen. Die Übertragung der Booster-Landung war großartig, aber auch die Hauptmission, das Aussetzen der 53 Starlink-Internet-Satelliten, war erfolgreich. Am Freitag, den 31. März, ist in China eine Langermarsch 2D mit vier Radar-Erdbeobachtungssatelliten gestartet. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, sollte der SpaceX Falcon 9 Start mit low-cost US-Militärsatelliten erfolgt sein. Der Start war am 31. März nur Sekunden vor einem Start abgebrochen worden. Was die Ursache für diesen Startabbruch war, das ist bisher nicht bekannt. Wenige Stunden nach dem Start der für mich wichtigsten ESA-Mission überhaupt, JUICE, steckt die Mission zur Erforschung der Jupitermonde in großen Schwierigkeiten. Iganiko Tanko, Spacecraft Operations Manager vom Red Team, also der ersten Schicht des JUICE Mission Control Center, sagte wie folgt, Zum Glück nur eine Übung, aber wer den ESA-Bericht zum Training der Boden-Crews liest, bekommt Apollo 13-Vibes. Passend dazu, für JUICE ist weiter ein Start für den 13. April geplant. Startzeit kann ich noch nicht sagen, aber ich werde diesen Start definitiv livestreamen. JUICE ist ja für mich die ESA-Mission schlechthin. Das ist eine unglaublich spannende Mission zu den Eismunden des Jupiters. Also wenn es irgendwo Leben im Sonnensystem gibt, dann da. Wenn du es noch nicht gesehen hast, mein Video über JUICE und meinen Besuch in der Fertigung der Sonde in Toulouse, den verlinke ich dir unter dem Video. Apropos Termin. Letzte Woche ist mir ein Fehler passiert. Ich habe fälschlicherweise gesagt, die Artemis 2-Crew werde am 4. April bekannt gegeben. Es ist aber diesen Montag am 3. April. Artemis 2, das ist der Flug um den Mond. Die Artemis 3-Mondlandung soll ja mit dem SpaceX Starship erfolgen. Wie gerade diesen Freitag bekannt gegeben wurde, wird die Firma Astrolab mit dem Starship einen ferngesteuerten Mondrover auf den Mond bringen, der auch von Menschen später genutzt werden kann. Das Vehikel ist deutlich größer als das Mondauto von Apollo und wäre damit der größte Mondrover überhaupt. Ja, das Artemis-Programm nimmt nach all den Jahren langsam Form an. Die NASA hat dafür eigens ein neues Büro eingerichtet mit dem Namen Moon-to-Mars-Office. Zitat NASA-Admin Bill Nelson. Das goldene Zeitalter der Erforschung findet jetzt statt und das Moon-to-Mars-Office wird dazu beitragen, dass die NASA erfolgreich eine langfristige Mondpräsenz aufbauen kann, die für die Vorbereitung der nächsten großen Sprünge der Menschheit zum roten Planeten erforderlich ist. Ja, fehlt eigentlich nur noch, dass er sagt Apollo-Moment und über Schänseck recht bleiben. Apropos Crewflüge. Auf einer Pressekonferenz am 29. März gab die NASA gemeinsam mit Boeing bekannt, dass sich der R-Start des Starliners mit Crew an Bord zur ISS ja auch frühestens den 21. Juli verschiebt. Die NASA teilte weiter mit, die meisten Arbeiten werden im April abgeschlossen sein, jedoch brauche man für die Zertifizierung des Fallschirmsystems länger als erwartet. Da die ISS aber ein vielbesuchter Ort ist, müssen wir nun warten, bis es wieder einen freien Slot gibt. Daher das späte Zeitfenster für den Start des Starliners. Wobei Juli ja noch in greifbarer Nähe ist. Frühestens am 17. Dezember diesen Jahres wird der Erstflug des Dream Chasers von Serospace erwartet. Bisher ging man ja von August aus. Diese Verzögerungen des Dream Chasers bedeuten ein gewisses Risiko für die NASA. Sie wird dann auf Frachtlieferungen allein durch die Falcon 9 und Dragon angewiesen sein. Zwar soll die Cygnus später diesen Jahres erstmals mit der Falcon 9 zur ISS gestartet werden und dann regelmäßig mit der Falcon 9 zur ISS fliegen. Aber stellen wir uns mal vor, die Falcon 9 könnte wegen eines Fehlstarts nicht mehr starten. Dann hat die NASA ein echtes Problem. Zwar ist die Falcon 9 extrem zuverlässig, aber sollte es einen Absturz geben, wird definitiv eine Zeit vergehen, bis sie nach einer Untersuchung wieder fliegen könnte. Das Problem mit der Cygnus entstand, da wegen des russischen Angriffskriegs folgende Lieferungen an Northrop Grumman ausblieben, ukrainische Struktur und russische Triebwerke der Antares-Rakete. Wenn wir schon mal im Thema Cygnus sind, der Cygnus-Raumfrachter ist ja aktuell das einzige nicht-russische Raumschiff, das die ISS reboosten kann. Es wird immer wieder darüber diskutiert, ob man die ISS nicht ohne die Russen betreiben könnte und ob man wegen der immer stärkeren politischen Spannung es sich überhaupt noch leisten könnte, mit diesen zusammenzuarbeiten. Leider ist die ISS so entwickelt, dass die für eine Raumstation essentiellen Funktionen zwischen den amerikanischen und den russischen Segmenten aufgeteilt sind. So versorgt der US-Teil der Station beide Teile mit Strom. Dafür ist nur das russische Segment mit Triebwerken ausgestattet und nur von dort können Orbitalanhebungsmanöver durchgeführt werden. Zwar gibt es auf dem amerikanischen Teil der Station sogenannte Control-Moment-Gyros, allerdings lässt man bei besonders dynamischen Manövern, vor allem bei Dockings und Undockings und aber auch bei Reboosts, die Lagerregelung der Raumstation lieber von Triebwerken machen. Auf absehbare Zeit wird man also nicht auf die Fähigkeit des russischen Segments verzichten können. ISS-Reboost und Control-Moment-Gyros, zu beiden Themen habe ich Technik-Episoden, die verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Wie der ULA-CEO Tory Bruno über Twitter bekannt gab, lief der Betankungstest mit der neuen Vulcan-Rakete wohl nicht ganz planmäßig. Während der Qualifikationstest der Centaur 5 Oberstufe ist eine Anomalie an der Hardware aufgetreten. Laut Bruno ist die Untersuchung im Gange und die neue Vulcan-Rakete wird fliegen, sobald die Untersuchung abgeschlossen ist. In der ersten Stufe der Vulcan von ULA sind zwei BE-Vortriebwerke von Blue Origin. Aber für die Oberstufe der Blue Origin-Rakete New Glenn arbeitet das Unternehmen an einem etwas kleineren BE-7. Von Tests dieses Triebwerks wurde diese Woche ein Video veröffentlicht. Der Test der Brennkammer-Baugruppe ohne Düsenerweiterung wurde am NASA Marshall Space Flight Center durchgeführt. Laut eigenen Angaben, also von Blue Origin, ist die kumulierte Testzeit des BE-7 nun auf mehr als 4000 Sekunden erhöht worden. Blue Origin langsam nähert sich das Eichhörnchen. Ich bin gespannt, wann Blue Origin zum ersten Mal einen Orbit erreicht. Am 28. März um kurz vor 12 Uhr MESZ dockte eine Soyuz, und zwar Soyuz MS-22 von der ISS ab. Diese Soyuz dockte unbemannt von der ISS ab und landete 105 Minuten später mit 218 kg Cargo statt mit Menschen an Bord in der Steppe von Kasachstan. Dabei handelte es sich um die kürzeste Zeit, die eine Raumkapsel zwischen Abdocken von der Raumstation und einer Landung jemals zurückgelegt hat. Dieses verkürzte Landeverfahren wurde nötig, um zu verhindern, dass die beschädigte Soyuz in der Zwischenzeit überhitzt. Ursprünglich sollte mit dieser Kapsel die gleiche Crew landen, mit der die Soyuz auch am 21. September letzten Jahres gestartet war. Die beiden Russen, Sergei Prokopjev, Dimitri Petelin und der NASA-Astronaut Frank Rubio. Am frühen Morgen des 15. Dezember 2022 kam es ja aber zu diesem Schadensfall am Radiator der Soyuz und dann zu einem ungewollten Leck am Kühlmittelkreislauf der Soyuz. Infolgedessen verlor diese Soyuz ihren gesamten Vorrat an Kühlmittel. Die Ursache für diesen Schadenfall, die ist ja immer noch ungeklärt. Analysen zeigten jetzt, ohne das Kühlmittel in der Soyuz wäre eine sichere Landung mit dieser Kapsel mit Crew nicht mehr möglich gewesen, da es binnen kürzester Zeit zu einer sehr hohen Temperatur in der Soyuz gekommen wäre. Menschen hätten diese nicht überleben können, insbesondere wegen hoher Luftfeuchtigkeit und der hohen Temperatur. Erste Analysen nach der Landung von Soyuz MS-22 in Kasachstan zeigen übrigens, dass die Temperatur im Inneren der Kapsel bis zu 50 Grad erreicht hätte. Wären Menschen an Bord gewesen, ja, sie hätten diese kaum überlebt. Hier wurde absolut die richtige Entscheidung getroffen, den Start unbemenscht durchzuführen. Aus diesem Grund hat ja Roskosmos am 24. Februar eine Ersatzkapsel Soyuz MS-23 zu ISS gestartet. Damit wären jetzt die drei Raumfahrer, sollte es bei diesem Plan bleiben, ganze 371 Tage am Stück im All bleiben. Für einen US-Amerikaner wäre das ein Rekord. Den derzeitigen Rekord für den längsten Raumflug eines US-Amerikaners hält übrigens Marc van der Heij mit 355 Tagen. Den längsten Raumflug überhaupt hat der Russe Valery Pulyakov damals noch auf der Raumstation Mir unternommen. Er blieb ganze 437 Tage ununterbrochen im All. Ja, Erfahrung mit Langzeitmissionen im All, ja, das wird spätestens bei Marsflügen wichtig. In China bereitet man den Start der ersten eigenen Megakonstellation vor. Ähnlich zu Starlink und OneWeb möchte man dort eine nationale Breitband-Satelliten-Internet-Konstellation im niedrigen Erdorbit aufbauen. Dafür soll die aktuell stärkste chinesische Trägerrakete Langermarsch 5b genutzt werden. Ja, genau, das ist die, von der die erste Stufe immer unkontrolliert runterkommt. Für den Aufbau einer Konstellation wird aber eine Yuanzeng-2-Kickstage auf der Langmarsch 5b verbaut. Diese Oberstufe wurde sonst hauptsächlich auf der Langmarsch 3 eingesetzt und sie ähnelt der russischen Fregattoberstufe. Mit dieser zusätzlichen Stufe können die Satelliten dann in ihren Zielorbit ausgesetzt werden. China plant den Aufbau einer 13.000 Satelliten umfassenden Breitband-Megakonstellation im erdnahen Orbit. Megakonstellation im niedrigen Erdorbit, ja, das bringt uns zu SpaceX und Starlink. In Bastrop County, in der Nähe von Austin, Texas, hat SpaceX ein Lager für Starlink gebaut. Wir wissen noch nicht ganz genau, wofür, aber die vielen Lkw-Laderampen lassen auf einen hohen Lieferverkehr schließen. Das könnte auf ein Verteilzentrum für die Starlink-Empfangshardware deuten. Dass es sich um eine SpaceX-Starlink-Einrichtung handelt, kann man auch sehr, sehr gut an der Architektur des Gebäudes erkennen. So wurde offensichtlich den neuen rechteckigen Starlink-Antennen nachempfunden. Ein interessantes Detail, der Tunnel vor dem Haupteingang, der wurde von einer anderen Elon-Musk-Firma gegraben, der Boring Company, die sich auf der anderen Straßenseite befindet. Ein zweiter Tunnel neben dem ersten steht vor seiner Vollendung. Vermutlich will man so Hin- und Rückverkehr ermöglichen. Die Straße, unter der die beiden Tunnels verlaufen, die ist weder besonders breit noch stark befahren. Vermutlich also eher ein Werbegag. Die Bilder, die ich euch hier zeige, sind übrigens von Joe Tektmeier. Vielen Dank, dass ich sie hier zeigen kann. Wenn ihr die Baufortschritte verfolgen wollt, einen Link zu seinem Twitter-Account und seinem YouTube-Account findet ihr in der Videobeschreibung. Die neuen großen Starlink-V2-Satelliten, die müssen ja aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts mit dem Starship gestartet werden. Und das bringt uns zum Starship-Programm in Boca Chica. Wie das hervorragende Kameraauge von Y-Photograph Chief eingefangen hat, gab es diese Woche einige Passtests des sogenannten Pass-Dispensers. Wie auf einer SpaceX-Animation zu sehen war, sollen mit diesem Mechanismus ja die Starlink-Satelliten in Paaren ausgeworfen werden. Auch diese Woche wurde Booster 7 wieder zurück auf den Starttisch gehoben, wenn alles gut läuft, vielleicht das letzte Mal vor einem Orbitalflug-Versuch. Die Anzeichen dafür mehren sich, nicht zuletzt deswegen, weil gut informierte Menschen mir gesagt haben, dass sie mittlerweile den sprichwörtlich gepackten Koffer neben dem Bett stehen haben. Sollte es jetzt ein Go geben, könnte es nur noch Tage dauern bis zu einem Startversuch. Passend dazu hat SpaceX seine Starship-Animation auf der Webseite auf den Stand von Booster 7 und Chip 24 gebracht. Ein sehr gutes Indiz dafür, dass man der restlichen Presse, die nicht täglich das Starship-Programm verfolgt, eine gute Datengrundlage geben möchte für die Berichterstattung von einem Startversuch. Und die Eckdaten sind so beeindruckend, dass es mit Sicherheit gut ist, sie einfach zugänglich zu präsentieren. 120 Meter hoch, die größte Rakete, die je gebaut wurde. 9 Meter breit mit einer Nutzlast von 100 bis 150 Tonnen, wenn vollständig wiederverwendbar. So zumindest die Planung. Noch bleibt ja erst einmal zu demonstrieren, dass das Starship überhaupt samt Booster fliegt. Und gerade die Wiederverwendung dürfte noch einiges an Feintuning erfordern. Ich sag's ja immer wieder, der Hitzeschild der zweiten Stufe in seiner aktuellen Form wirft noch viele, viele Fragen auf. Mit seinen drei Meereshöhen-Raptoren und den drei vakuumoptimierten Raptoren mit zusammen 1500 Tonnen Schub sollte es jedoch möglich sein, sofern die gesamte Rakete es durch Max-Q schafft, die gewünschte Flugbahn zu erreichen. Jetzt für den ersten Orbitalflug. Um ein Gefühl für die Größe der vakuumoptimierten Raptoren zu bekommen, hier weitere Bilder von Y-Photograph Chief. Anders als die Meereshöhen-Raptoren sind diese Triebwerke nicht schwenkbar, sorgen aber für mehr Effizienz im Vakuum des Weltraums. Für eine mögliche Landung mit Flip-Manöver braucht es aber die schwenkbaren Meereshöhen-Raptoren. Der Booster ist mit seinen 69 Metern allein so hoch wie eine Falcon 9. Zum Größenvergleich auch hier ein Foto von Chief, das eines der vier Grid-Fins zeigt. Mit 3400 Tonnen ist der Booster so schwer wie eine Saturn-5-Mondrakete und eine Falcon 9 zusammen und mit dem bis zu 7590 Tonnen Schub der 33 Raptor-Triebwerke zusammen die mit großem Abstand schubstärkste Rakete, die je einen Startpad verlassen hat. Zumindest wenn sie tatsächlich abhebt. Apropos Startanlagen. Zwar gibt es hier weiter reges Treiben, aber notwendig für den ersten Start sind viele dieser Arbeiten wohl nicht. Der Starttisch soll sich schon annähernd in dem Zustand befunden haben, der einen Start ermöglichen würde, als man diesen ersten Feuertest mit allen Triebwerken durchgeführt hat. Da man aber aktuell über ausreichend Zeit verfügt, passt man Provisorien an und sorgt für einen adäquaten Schutz, der die Nacharbeiten nach einem möglichen Start minimieren soll. Schon verrückt. Es ist gut zwei Jahre her, dass wir die Höhenflugversuche der ersten Starship-Prototypen verfolgen konnten. Ja, und schon oft wurde angekündigt, ja, es werde im nächsten Monat soweit sein. Bei der Nervosität aktuell in der Szene, den Aussagen von SpaceX-offiziellen abseits von Elon Musk und auch den Statements von Tim Dodd, dem Everyday Astronauten, können wir, glaube ich, davon ausgehen, es könnte nun wirklich sehr, sehr schnell gehen. Gerade als ich dieses News-Skript fertig hatte, hat mein Kumpel Felix von Whataboutit ein Bild gepostet, das Ship 24 auf dem Weg zur Startanlage zeigt. Auch hier vielleicht der finale letzte Weg zum Schaff... äh, ich meine Starttisch. Wie auch immer, es wird heiß. Daher traue ich mich auch nicht mehr zu sagen, dass die Starts der kommenden Woche noch vor einem Starship-Orbitalflug erfolgen werden. Heute wieder im Schnelldurchgang ohne Uhrzeiten, da sich die Starts doch sehr oft verschieben. Ab sofort werde ich die kommenden Starts einfach immer aktuell auf Twitter ankündigen. Link zu meinem Twitter-Account unter dem Video. Das chinesische Raketen-Startup X-Pace plant einen Start am Mittwoch mit seiner Feststoff-Rakete Kuaizhu. SpaceX möchte seine Falcon 9 mit Intel Satz 40e am Freitag von Cape Canaveral starten. Dir hat's wieder gefallen? Ja, Like nicht vergessen! Du bist neu hier und willst weitere Neuigkeiten aus der Raumfahrt nicht länger verpassen? Ja, dann unbedingt hier Senkrechtstarter abonnieren. Denn auf Senkrechtstarter gibt's ja jede Woche mit den News, die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episoden beeindruckende Fakten und spannende Technik aus der Raumfahrt. Ein Video, das dich interessieren könnte, das verlinke ich dir hier. Und die Technik-Episode von dieser Woche, die findest du hier oben. Ich kann's kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Unser persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön Senkrecht bleiben. Dein Mau. Auch da unten unternehmen. Vielen Dank.